ja herzlich willkommen zurück in der ersten liga der vierte spieltag steht an st pölten gegen hartberg es ist angerichtet mit dabei ending ja grüß ja es ist ein duell zwischen sechsten und zehnten wobei st pölten schon verloren hat hartberg noch nicht ja hier ist es leider mit dem bild an leisen ending oh schade erste gute möglichkeit schade habe ich nur gedacht war schön aha ja 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 Ja, warum attackiert sie beide? Was los mit euch? Oh, wir attackieren beide. Haben wir ein sehr schnelles Spiel. Waren sie nicht sicher. Oh, schön Ivan. Insanka. Boah, der war biskant, aber gut. Das war jetzt ein Fehler. Da haben sie sich auch nicht einig gewesen, wer jetzt rutscht. Und der war schon. Schütz. Waren bestätigt seine Leistung vom letzten Spiel. Da hat er ja ein Tor geschossen, glaube ich. Wenn sie verloren haben. Nein, hat er nicht. Okay, dann war das mein anderer. Wurscht, Schütz. Fanta hat uns. Wer? Oder Fanta's, Fanta's. Ja, genau. Da stürmt er der auf der Bank sitzt. Der Fanta. Heißt, ich glaube ich werde den Trikot Nummer 4 geben. Fanta 4. Il Sanka. Oh. Jetzt aber. Il Sanka. Schön. Zweiter Treffer in dieser Saison. Hat er da von Anfang an gespielt Il Sanka oder hast du denn geholed? Il Sanka habe ich geholed, ja? Schon, gell? Ja. Er spielt ja einen Abzug. Ah ja, stimmt. Falsch. Spielte. Warum? Achso, naja. Oh, schön. Er wird sein namengerechter Drescher. Oh, ganz schlecht. Schöner Einsatz, hat aber nicht wirklich was gebracht. Oh, viele fehlt besser jetzt. Oh, schön. Oh mein Gott. Oh, schön geblockt. Ja, jetzt ist ein sehr hektisch, das ist ein sehr schnelles Spiel. Aber man muss sagen, von beiden. Ja, ja. War alles sehr hektisch, sehr schnell. Ah, zonüberlegt. Oh, zonüberlegt. Oh, schade. Oh, schade. Alter. Oh, schade. Ja, schade. Das ist doch einfach. Alter, was war das jetzt? Ich hab mir schon längst gedacht, dass er den noch gehabt hat. Nein, er wollte nicht. Das hat zögert. Ja, Schütz und Ilsenka, innerhalb weniger Minuten. So ganz weiter gehen das Spiel, sehr schöne Partie. Ja, bis auf die Ideenlosigkeit, viele Feldpässe gefühlt. Das stimmt, ja. Weil wir schon gleich dabei sind. Oh. Oh, schade. Oh, schön abgelegt für Ilsenka. Oh, der schreit jetzt nicht weiter. Oh, schade. Oh. Oh. Oh, der war super. Oh, der kann er nochmal machen. Oh, abgefälscht. Oh, abgefälscht. Geisler mit dem 2-2-1. Und St. Pölten weiter in der Krise? Fragezeichen. Oh. 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 Ganz wichtig. Oh, schön. Ja, schön. Schlecht abgewertet, diesmal auf der anderen Seite. Parmalat. War ein Wunschspieler eigentlich ursprünglich für den WRC gedacht. Falls die noch ihre Dreierkette gehabt hätten und keine Spieler dazu. Danach habe ich mir aber gedacht, den möchte ich unbedingt haben von der WM her geschaut. Genau, das Tor brauchen wir nicht unbedingt schauen. War nicht so schön. Wie war's? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das automatisch gleich ins Menü geht. Na, passt nicht. Wie war's? Ja, passiert noch diese Arbeitskontane. Wie war's? Oder? Uh, Timon, ganz gefährlich bei den Ecken. Oh. Nein, der rennt nicht gleich weiter, der Warbler. Alter, Haberer! Ah, vom. Nicht ein bisschen fester. Ja. Ah, geh scheißen. Ja, man merkt es, dann ist ja schnell bei dir so viele Chaos bei mir schon. Ja, bei mir auch. Auch ein Insankreis und Karon, das heißt schon was. Pavard auch. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. An. An die Stange. Oh mein Gott. Tadic. Kröpfe. Die wühlen nicht. Ja, es geht weiter so schnell. Oh, schön. Oh, da liegt einer verletzt. Hat er zuerst dann eben einen Code, bevor der? Ich weiß es dann jetzt nicht. Oh, schön, Ivan. Zanogo. Und schöner. Zurück. Ja. Phantas verletzt. Ah, das war Absatz. Ich hab mal fast acht. Scheiße. Gott sei Dank. Super. Einer der fittest neuner. Ah. Geht der noch mal zwei Locken? Keine Wechselmöglichkeiten mehr, aber wurscht. Die zwei Minuten muss man sich noch überstehen. Frosch. Na, schon. Ja. Zwei zu zwei. Gutes Match. Verdient. Ja. Zwei zu zwei. Gutes Match. Zwei zu zwei. S Zwei mit Punktes am Zahnpoelten. Da wieder Hartberg, auch. Ah, jetzt habe ich gerückt. Jetzt habe ich gebrückt. Ja, Geisler. Einer der Tore gemacht. Ja. Einer der Auffaelligen. Bei Hartberg. Ja, die müssen absurd. Eines gemacht, eines ausgaben. sehr gutes spiel von ihm so war hartberg immer einen schritt voraus gewesen in punkto dorn auf jeden fall in der zweiten zeit auch mehr anteil war sehr schön von schütz gemacht wobei nein das 1 zu 0 gehörte st bülken plötzlich aber hartberg hat sich prompt zurückgekämpft muss man sagen also steht bei drei verteidiger und bringt am höchsten ja dann da schon schön zeitgelassen in sein kann hat gesehen dass dann kommt und ja unglücklich natürlich auch abgefälscht aber allein diese ruhe am ball von ihlsanka macht so was aus dann hier ist eine klasse gezückt hat sicherlich bieten lassen durch den fehlpass gezickelt wunderschön es wird schwierig werden ein tor der saison zu finden eigentlich ja ja ich bin einer zwei zu zwei ja wir sehen uns im nächsten spiel bis dann hat rein macht es gut macht es gut und